Gut, nachdem ich alles eingestellt habe und ich hoffe es passt, besser bitte, wenn es nicht passen wird, werden wir uns diesem Spiel hingeben. Gut, let's start. Schau, wir passen, das ist eh gerade Herbst. Land for sale. Die Kamera. Das ist ein leichtes Bobbing. Ich kriege. Options. Adjust camera. Kamera Inversion. Ja genau, fick dich. Definitiv nicht. Ich hasse Bobbing. Ich hasse Bobbing. Wieso checkende Spiele entwickeln nicht, dass Leute Motion Sickness da kriegen können. Ich muss noch mal noch kurz eher, aber das Mikrofon ist zu bedenken, glaube ich. Okay. Das ist vermutlich für die... Okay, das wird eine interessante Spielerfahrung. Ich kann nicht das scheiß Ding da umstellen. Ich weiß nicht. 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 Es nimmt auf. Ist das nicht cool? vielleicht gewöhnt man sich ja dran allerdings die wackel optik ist schon zack die wackel optik ist schon nicht notwendig ich sehe da wie viele wie lange schon aufnehmen naja zwei minuten ah ja ich sieg sie am ding sagen schau es wird dunkel ich glaube es soll bei seinen gehen ah ja das kann ich ausblenden oh ja genau jetzt verstehe warum man die gamma so füttern kann ich verstehe es schon ja pflanze schade ist gekocht worden die scheiß wackel optik die store needs a kei Okay. Was ist das? Thank you. I can't thank you enough for coming out all this way to help me out. It's been a pretty rough road trying to sell this old place. I wish I had turned to you sooner. You have no idea how happy I'll be once this is all behind me. Smiley. Love you always, Kate. Appears to be that. I shall ask you. Ah, yeah. What are we doing here? I can't even take a cigarette. Look at that. 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 That's a horror game, gell? Horror. Yeah, we'll have to see what's with the Wackel-Optik, gell? Die Wackel-Optik ist halt schon zack. Es ist nicht einmal so dunkel draußen, siehst du. Jetzt habe ich gedacht, da steht was. Hey, Kate. It's been a while since we last spoke, hasn't it? Hope you haven't forgotten about me. I know writing a letter is a little old-fashioned, but sometimes I like to just sit down and write something out, you know? So, I can't remember what I was doing at the time, but all the stuff we used to do when we were kids just came rushing back to me all of a sudden the other day. Remember when I'd sneak over at night so we could both go out on our adventures? Ghost hunting, we called it. We shined the flashlight through the trees and chomped at every little insignificant noise. Our imaginations were always working in overdrive. I wish I could remind, rewind back to them. Seems like everything after that time just hasn't been as good for both of us. How long has it been? Again, I've been at Tist a couple of years, wasn't it? She was always kind, kind of mean to me. Maybe she actually knew about sneaking out all the time. Guess we'll never. Sorry, ignore all of that. I started traveling too much. Anyway, please let me hear from you soon. I know things have been less than normal for you lately, so I just wanted to check in. CR. It can be late at the time from the menu. Okay. I find it now but I'm still not going to have a clue. I know I'm still not going to have a clue. I'm not going to have a clue. I'm still not going to have a clue. I'm still not going to have a clue. I know there's no clue. I don't know. It probably sounds dumb, but it was good to hear your voice again. Good to hear that Lauren's been doing really well too. But yeah, about what all we said, I'm not sure what to think of it yet. What are the odds of two people having the exact same hallucination? Could it really be just a coincidence? I have to go to my doctor's today for some routine stuff, so I'm going to try and casually bring this up and see what he says about it. I'll let you know how it goes. All right. They have hallucinations, okay. So, that was the Schlafzimmer. Oh, that was... Ah, that's this. Then we're going to A. Okay. Oh, Flashlight. Oh, Flashlight. So, I must... Then E. Me... No, thank you. Zero new messages. One old message. Hey, Kate. It's Ciara again. I hope everything's okay. I know there's been a lot to tick in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance, and we can talk. Take care. Pass one to delete. Two to return to the main menu. Okay. Nice. That's what's a lot. Good. Okay. 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 Ich bin gespannt, wann ich ihn ja schon schreie lasse. Käse. Okay. Okay. Hm. Jetzt passiert sicher gleich was Grauseliges. Oh can you see it stop can you save ah the main menu go search case whereabouts oh oh my god no save oh my god oh huh yeah I see the next mother I wait not to see the lamp I wait not to see the lamp okay oh look it's Aussie okay 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 seven acht ah war ich aber grad search investigate screen behind the back gate ja fick die genau fix werde ich nicht ausgehen we are we are okay we are we are Ich habe es langweilig. Die waren davor noch nicht da, gell? Geil. Ein richtiges Foto von den Menschen. Also, ich würde nicht teilen, sondern auch Horrorfilmspiel sein wollen, gell? Ganz ehrlich. Ja, ich weiß jetzt nicht wieder, als zweiter Tun soll sinnvollerweise, weil... Es war lockt. Flashlight, Batteries, Kerosene, extra Tapes, lockt das Haus. Oh, irgendwas gehört. Ja, es ist ein bisschen langweilig. Es ist ein bisschen langweilig. Okay. Okay. Kör. Okay, danke. F AR. F AR. Das ist, wenn du als Seite marriagesstreamst, Das soll klar amor. Je Blicke am schönen. Geez, es ist vielleicht aus Skalen. Oh, schau, da steht da noch. Oh, mein fucking Gott. Ja, war schwarz. Wir gehen da jetzt einfach auf den zu. Wir gehen da jetzt einfach aus. Immer mehr als sterben können wir nicht, oder? Mehr als sterben kann man nicht. Charlie, have you seen this child? For sale. Wo ist er jetzt gestanden? Da ist ja nicht irgendwas passiert da. Mal die Wackelkamera. Jetzt aber volle Betrunkene. Mal die Wackelkirke. Das ist echt schön, dass ich dir geben, ha? Das muss doch tatsächlich aussehen. Das ist nicht der Weg, wo ich gekommen bin. Ok, wir hätten uns locker 10 Minuten sparen können. Oh! Oh! Schauleysa! Oh! Er ist weg! Braucht man da die Kamera, damit man siegt? Ja, also noch mehr hin und her schwanken kann es nicht, oder? Ah! Siehst du, die kommt doch nicht weiter. Ich glaube, wir sollten die Kamera anlassen. Ich warte bloß drauf, dass er mich umbringt, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen langweiliges Spiel. Das ist ein bisschen langweiliges Spiel. Ja, siehst du, das ist auch nicht in dem Ding auch. Ist das jetzt irgendwo? Ich guck mal meine Füße. No. Investigate Scream. Beyond the back gate. Ja, ich bin am Hintertor. Da gibt es halt nicht so viel. Ich muss auch nochmal da runter gehen. Ich checke es gerade. Leuchtet nicht. Ist da unten irgendwas? Ich meine, da leuchten die ganzen Städte. Da steht er wieder! Schau! Blazer und Oakside Home. Oh! 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 oder da. Hallo. Es ist wieder weg. Ja, soll das jetzt gruselig sein, oder? Ja, da ist nichts mehr. Ah, schau, er steht wieder dort. Was macht es an der Stelle? Machen wir mal eine Pause.